3, 2, 1. Bald gibt es eine Monatsverkarte für den Nahverkehr des Großraums Taipei. Am 12. März haben die Bürgermeister von Taipei und New Taipei City die Einführung einer gemeinsamen Monatsverkarte für den öffentlichen Nahverkehr bekannt gegeben. Die Monatsverkarte wird 1.280 Taiwan-Dollar kosten. Das sind umgerechnet etwa 35 Euro, also durchschnittlich 42 Taiwan-Dollar täglich, umgerechnet rund 1,16 Euro. Man kann mit dieser Monatsverkarte im gesamten Raum der Stadt Taipei und New Taipei City, der frühere Landkreis Taipei, einen Monat lang unbegrenzt das Metronetz nutzen, die öffentlichen Busse und außerdem ist die Nutzung der ersten 30 Minuten von U-Bikes, den Leihfahrrädern, ebenfalls kostenlos. Der Bürgermeister von New Taipei City, Eric Chu, sagte auf der gemeinsamen Pressekonferenz, man hoffe, diese Monatsfahrkarte werde dazu beitragen, dass noch mehr Bürger von New Taipei City die öffentlichen Verkehrsmittel nutzten. Vor allem diejenigen, die bisher nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, weil es für sie zu teuer sei. Der Bürgermeister der Stadt Taipei, Kowensch, sagte, dass in den vergangenen Jahren die Zahl derer, die mit dem Auto oder Motorroller fahren, stetig gestiegen sei. Um die Verkehrsprobleme zu lösen, sei es erforderlich, dass die beiden Städte eine gemeinsame Fahrkarte anbieten. Außerdem wolle man in den kommenden zwei Jahren das öffentliche Busnetz beider Städte optimieren. Mit Einführung der gemeinsamen Monatskarte für den gesamten Raum Taipei sei dies einfacher voranzutreiben. Die neue Monatsfahrkarte stößt auf unterschiedliche Resonanz. Die einen begrüßen es, wie Frau Zhao. Sie ist der Meinung, dass diejenigen, die viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, dadurch einiges sparen könnten. Andere sind eher skeptisch, wie Herr Chen. Für ihn sei die neue Monatsfahrkarte nicht besonders attraktiv. Mit dem eigenen Auto zu fahren, sei seiner Ansicht nach immer noch um einiges bequemer als mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Vor allem, wenn man Kinder habe. Gemäß dem Verkehrsamt der Stadt Taipei werden die neuen Monatsfahrkarten für Taipei City und New Taipei City ab dem 13. März verkauft. Ab dem 16. April können Fahrgäste sie dann nutzen.